Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 123. Mal bei Hoax Seller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die Hoax Mischiefs Alexa. Hallo alle zusammen. Und Alexander der Hoax Master. Und dann machen wir mal weiter in der Sendung. Die Story der Woche. Als kleinen Vorgriff auf das Thema der heutigen Sendung kommen wir auch in der Story der Woche schon mal auf das Thema Reinkarnation zu sprechen. Und jetzt guckt mich gerade der Hoax Master völlig entgeistert an. Was für eine Überleitung. Es geht um Weihnachten und Oster. Ist jetzt ein bisschen verspätet, passt nicht so ganz in den Jahreslauf und die Zeit, die wir gerade haben. Aber dennoch ist es eine so niedliche Geschichte, dass wir sie doch jetzt bringen wollten, nicht länger warten wollten. Und zwar das, was wir so gemeinhin an Ostern als Schoko-Osterhasen in jedem Supermarkt finden, über alle möglichen Firmen und Sorten hinweg. Das ist in Wirklichkeit das, was von Weihnachten übrig geblieben ist, nämlich Schoko-Weihnachtsmänner, die dann umgeschmolzen werden auf Schoko-Osterhasen. Ist irgendwie auch eine ganz nette Vorstellung, wenn Weihnachten so vorbei ist, dass dann die Weihnachtsmänner sozusagen reinkarnieren als Schoko-Osterhasen. Das passt ja auch dann zum Osterglauben mit der Auferstehung und erklärt auch, warum in den letzten Jahren, weil die Produktionszyklen sich geändert haben, die Osterhasen, die Schoko-Osterhasen so viel früher in den Läden inzwischen wieder stehen, als das früher mal der Fall war. Genau. Endlich wird es erklärt. Oder haben wir euch jetzt einen großen Oster-Schoko-Hasen auf den Rücken gebunden? Das werden wir nachher noch sehen. Das klären wir dann nochmal auf und gehen dann erstmal in unserer Sendung zum nächsten Punkt, nämlich dem Thema der Woche. Thema der Woche In der heutigen Episode geht es mal wieder um eine hellsichtige Person in unserem Thema der Woche. Nachdem wir ja schon Nostradamus zum Beispiel behandelt haben, widmen wir uns diesmal... Und Madame Blavatsky, die ja auch von sich behauptet, hellsichtig zu sein. Ja, die große Theosophin. Diesmal einem Amerikaner des letzten Jahrhunderts, dem ja auch wirklich unglaubliche Fähigkeiten zugeschrieben worden sind. Und, Alexa, das ist ja etwas, was du auch mitrestattiert hast, er gilt als Begründer der New-Age-Bewegung in einigen. Ja, genau. Das wird aber häufig unter den Anhängern der Säulchen so gesehen, dass er im Prinzip die New-Age-Bewegung mit gegründet haben soll. Durch seine Fähigkeiten? Durch seine Fähigkeiten. Ja, und... Nee, 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 nee. Und überhaupt durch sein Lebenswerk im Prinzip, durch die Prophezeiung und ganz viele Dinge, von denen er gesprochen hat. Da werden wir sicherlich dann nachher nochmal im Einzelnen drauf eingehen. Die Rede ist von Edgar Cayce. Und man muss ein bisschen aufpassen, wenn ihr jetzt das googeln wolltet. Der Name schreibt sich nicht so, wie man das erwarten würde, sondern C-A-Y-C-E. Und da herrscht ein bisschen Verwirrung, wenn man dann irgendwie den falschen Namen nachguckt. Er wurde am 18. März 1877 in Hopkinsville, das ist in Kentucky, geboren. Er ist da auch beerdigt, obwohl gestorben ist er in Virginia Beach. In Virginia, auch in den USA natürlich. Und zwar 1945. Genau, 1945 verstorben. Er wurde geboren als eines von sechs Kindern einer Farmerfamilie, einer Landwirtschaftsfamilie. Und kam erstmal aus nicht sonderlich reichen Verhältnissen. Er selber war verheiratet und hatte drei Kinder, von denen allerdings ein Kind bereits nach zwei Monaten verstarb. Somit hatte er im Prinzip dann nur zwei Kinder, die ihn überlebt haben. Und sein ältester Sohn Edgar Evans, Cayce, ist jetzt gerade im Februar 2013 relativ frisch verstorben. Cayce ist bis zur achten Klasse zur Schule gegangen. Danach war es den Eltern nicht mehr möglich, die Ausbildung weiter zu finanzieren. Das war aber auch damals nicht ungewöhnlich für Arbeiterkinder, hat man gesagt, das reicht. Das reicht an Bildung, jetzt geht es ab ans Geldverdienen. Er war ein sehr gläubiger Christ, der sehr intensiv auch die Bibel gelesen hat. Es wird ihm nachgesagt, dass er für viele Jahre immer einmal pro Jahr die Bibel gelesen haben soll. Er soll auch in der Sonntagsschule unterrichtet haben. Also das war so das, was er getan hat. Er hat dann verschiedene Geschäftsideen gehabt und ist dann einer schweren Kielkopfentzündung erkrankt. Und das führte dazu, dass er über mehrere Jahre seine Stimme verloren hat. Also er konnte dann sich zwar flüsternd verständlich machen, aber eben nicht normal sprechen. Er hat sich dann ausgedacht, dass eine Profession, in der er relativ wenig mit seiner Stimme machen muss, das Fotografieren wäre. Und ist dann auch ein sehr erfolgreicher Fotograf geworden. 1901 traf er dann auf einen Hypnotiseur, der als Künstler aufgetreten ist, einen Bühnenhypnotiseur. Und der hat ihm ja verschiedene Ratschläge gegeben, wie er diesen Stimmverlust behandeln könne. Und hat unter anderem Casey auch unter Hypnose gesetzt. Und unter Hypnose war Casey dann plötzlich in der Lage, wieder nochmal zu sprechen. Es gab da verschiedene Versuche, dieses Hypnotiseurs sozusagen so eine Post zu implantieren, sodass er also auch nach Aufwachen aus der Hypnose sprechen konnte. Das hat zunächst nicht geklappt. Die beiden haben dann öfter zusammengearbeitet. Es wurde immer ein bisschen besser, aber nie dauerhaft. Letztendlich war er dann nochmal bei einem anderen Hypnotiseur in Behandlung. Der hat dann dafür gesorgt, dass sein Hals- und Kehlkopfraum nochmal stark durchblutet werden sollte im Rahmen von Hypnosesitzungen. Und dann mit einem Mal war seine Stimme wieder geheilt und wieder voll hergestellt. Das war so ein frühes Erlebnis. Im Rahmen dieser Hypnosebehandlung ist es dann offensichtlich dazu gekommen, dass Casey das, was er im Englischen Readings hatte, also irgendwelche hellsichtigen Eingaben und da begann es dann, dass er in der Lage war, Personen, die ihm unter hypnotischen Zustand, also unter Trance, wie er selber dann auch gesagt hat, Fragen zu ihrem Gesundheitszustand zu stellen, Diagnosen und auch Heilungsangebote geben konnten. Ja, beziehungsweise also nicht die Personen selber haben ihn befragt unter Hypnose, sondern es waren eigentlich Personen aus seinem engen Umfeld, die dieses Reading überwacht haben. Und es genügte eigentlich für Casey eine Angabe, wenn es jetzt um Diagnosen ging im medizinischen Bereich, die Angabe des Namens und der Adresse, also der aktuellen Adresse des Patienten, um es mal so zu nennen, damit er dann sein Reading beginnen konnte und eine Adresse und eine Diagnose stellen konnte. Er hat da auch eng mit Alain zusammengearbeitet, der ihm ja auch schon sozusagen geholfen hatte, seine eigene Erkrankung wieder zu heilen. Und es wird immer so kolportiert, dass Casey so widerwillig gewesen wäre, ja überhaupt diese Readings aufzunehmen. Dem gegenüber steht aber etwas, das man ihm schon an frühester Kindheit nachgesagt hat, nämlich der Wunsch, helfen zu wollen. Das sind so diese beiden Pole, zwischen denen sich das bewegt. Ich habe sogar den Namen Lane schon benutzt, also Al Lane war der zweite Hypnotiseur, der ja an seiner Behandlung mitgearbeitet hat. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen vorhin erwähnt habe. Also der Bühnenhypnotiseur war ein Künstler namens Hart. Mr. Hart, der Love Man. Genau, und der zweite Hypnotiseur Al Lane. Ja, so war es dann so, dass er anfing, die Leute aus seiner Stadt mit Readings zu unterstützen. Das machte schnell die Runde. Er wurde in Zeitungsartikeln erwähnt. Und die Menschen begannen dann letztendlich, ihm zum Teil Briefe aus ganz Amerika zu schreiben, mit der Bitte, bei gesundheitlichen Problemen zu helfen. Das ist so zeitlich der Beginn, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er ist dann immer aktiver geworden. Er wollte das kostenfrei halten. Das heißt, er hat nie Zeit seines Lebens Geld für diese Readings genommen. Das war auch die Bedingung, unter der er sich dazu bereit erklärt hat, überhaupt diese Readings für andere Personen durchzuführen. Nämlich nicht unter der Prämisse, das sozusagen zu verkaufen, sondern nur gegen Spenden eben zu machen. Danach hat er natürlich gefragt und die hat er dann auch bekommen. Es gibt die Familie, die, man behauptet, es sei ihnen wirtschaftlich nicht so gut gegangen. Da kann man natürlich nicht hinterschauen und kann sehen, wie die finanzielle Lage tatsächlich war. Also da setzt er dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Legendenbildung ein, um mal diesen Begriff zu benutzen. Genau. Er hat, um sozusagen wirtschaftlich auch noch ein bisschen Geld zu verdienen, ein Kartenspiel entwickelt, das ja so ein bisschen wie mit der Industrie- und Handelskammer von Chicago nach gebildet war. Ja, so ein bisschen wie an der Börse, so mit Reinrufen von Geboten und so. Also war ein sehr schnelles Kartenspiel. Da dauerte irgendwie ein Spiel so zwischen einer und zehn Minuten, war für bis zu acht Spieler konzipiert und hieß The Pit. Auch das hatte was mit diesen Börsen zu tun, weil eben von dieser Handelskammer die Börse im Prinzip auch The Pit genannt wurde. Und es wird bis heute noch verkauft in den Vereinigten Staaten. Aber gespielt haben wir es natürlich nicht. Genau. Ja, also das Geschäft mit den Readings wurde immer größer. Es ging sogar so weit, dass er dann irgendwann begann oder gefragt wurde in Briefen, wirtschaftliche Prognosen abzugeben. Da gibt es nicht so genaue Berichte darüber, wie erfolgreich das war. Es ist auf alle Fälle so, dass Edgar Cayce irgendwann für sich festgestellt hat, diese Wirtschaftsprognosen, also Prognosen, die nicht gesundheitlich Menschen helfen, sondern dann eher wirtschaftlich Menschen helfen, ihn so sehr angestrengt haben und zu Kopfschmerzen geführt haben, dass er dann irgendwann davon abgesehen hat, diese Readings durchzuführen und Fragen dieser Art zu beantworten. Das war also in der Phase bis, sagen wir mal 1923, stellte sich heraus, dass er das nicht mehr machen will. Was er allerdings immer wieder auch getan hat, waren sogenannte Philosophical Readings, also Fragen, wo es um dieses Menschheitsgeschick ging, zu beantworten. Und da war es so, dass er so Blicke in die Zukunft der Menschheit im Besonderen oder aber auch zum Teil in die Vergangenheit der Menschheit geworfen hat. Da werden wir aber natürlich noch ein bisschen ausführlicher nachher. Da sind wir jetzt wieder bald nachher bei dem Begriff, den wir auch schon in der letzten Sendung benutzt haben, nämlich Retrokognition. Das machen wir dann aber ausführlich. In der Zeit von 1925 bis 1945, also bis zu seinem Tod, zog er dann nach Virginia Beach. Und da war es dann sogar, dass 1929 sein großer Traum in Erfüllung ging, nämlich, dass er ein Krankenhaus gründen konnte. Ein Krankenhaus, das nach seinen Angaben Menschen heilen und helfen konnte. Das große Problem war, dass die Wirtschaftskrise und der Börsencrash ihm da einen Strich durch die Richtung gemacht hat. Denn 1933 musste dieses Krankenhaus bereits wieder schließen. Da können wir nachher auch noch mal ein, zwei Worte dazu sagen. Es ist schon ein bisschen paradox irgendwie, dass er auch von dieser Krise getroffen wurde, die er, wenn man seinen Anhängern glaubt, auch mit vorhergesagt hat. Genau. Das Krankenhaus wurde gesponsert von einem wohlhabenden Gönner, dem er einmal geholfen hat. Insofern erklärt sich das, warum er das Krankenhaus aufbauen konnte überhaupt am Anfang. Ja, und dann war es so, dass er ab 1943 sehr viele Readings durchgeführt hat. Er hat sich zum Teil bis zu achtmal am Tag in Trance versetzt. Normalerweise war immer ein Reading morgens und eins am Nachmittag angesetzt. Und seine Mitarbeiter werden ihm natürlich auch dazu geraten haben, diese Menge nicht zu überschreiten, weil ihn das angeblich immer sehr angestrengt hat, das Ganze. Nun wird ihm aber eben dieses Helfer-Syndrom, kann man schon fast sagen, nachgesagt. Und er soll angeblich niemanden abgewiesen haben, der wirklich seine Hilfe suchte. Und das resultierte dann eben in dieser großen Zahl an Readings pro Tag und eben auch in einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Ja, also das wird dann gesagt, dass diese vielen Trance-Zustände und diese vielen Readings ihm dann so viel Kraft gekostet haben, dass er zusehends schwächer wurde. Mit 67, im Alter von 67, 1945 war das, erlitte dann einen Schlaganfall und daran verstarb er dann auch letztendlich. Es war so, wir können ja mal kurz darauf eingehen, wie so ein Reading stattgefunden hat. Er hat sich auf... Übrigens sehe ich hier gerade, das ist lustig, dass ein Fehler in dem Wikipedia-Artikel, also der Stroke hat ihn 1944 nämlich erlagt und er verstarb dann Januar 1945. 45, ja. Hier ist der Wikipedia-Artikel-Fall. Also Schlaganfall 1944, hat er noch einige Monate nach dem Schlaganfall gelebt und ist dann 1945 gestorben. Genau, genau. Das Reading funktionierte folgendermaßen, er hat sich auf eine Couch gelegt, die übrigens auch heute noch in dieser ARE-Zentrale erhalten ist und dort ausgestellt ist. Genau, da müssen wir jetzt aber auch gerade sagen ARE, wenn du den Begriff benutzt. Also es gibt heute noch eine Association in den Vereinigten Staaten, eine Vereinigung um Edgar Cayce herum. Und das ist die Edgar Cayce's ARE, du hast es gerade gesagt. Und ARE steht für Association for Research and Enlightenment. Wunderschön. Genau, und er legte sich bevor er sich, das finde ich nämlich ganz schön, weil er das so schön beschrieben hat, bevor er sich auf diese Couch schlägte, öffnete er sich die Schnürsenkel, öffnete sich den Kragen am Hemd und die Hemdsärmel, um sozusagen den Fluss der Energie und des Blutes durch seinen Körper leichter zu machen. Das muss man sagen, aber das wird immer wieder beschrieben, das beschreibt er selber auch in einem autobiografischen Ausschnitt, dass er also immer auch wichtig war, dass er die Schuhe geöffnet hat und ausgezogen hat im Zweifelsfall und dann Hemd und Ärmel öffnete. Ja, dann hat er die Hände an das sogenannte dritte Auge gelegt. Das ist so ein Punkt zwischen den Augen und am Übergang zur Stirn im Prinzip und hat sich dann schon etwas in Trance versenkt. Für ihn war immer das Zeichen zum Aufbruch ein helles Licht, was er gesehen hat. Das war mehr wie so ein Lichtblitz, der auch mal ins Goldene gehen konnte. Das war so das Zeichen, dass es jetzt losgehen konnte. Er hat danach, wenn er dieses Zeichen erhalten hat, das auch für ihn überhaupt sagte, dass er das Reading durchführen kann. Wenn er dieses Licht nicht gesehen hat, dann konnte er auch kein Reading durchführen. Er hat dann also danach die Hände auf die Brust gelegt, hat sie auf den Bauch gelegt. Ja, genau. Also er sagt sogar immer, es war ganz wichtig, den Sodaplexus berühren zu müssen. Warum das so war, warum das so wichtig war, können wir auch nachher nochmal sagen. Und dann war er also in Trance und hat dann auf ein Zeichen seiner Assistenten gewartet. Er hat nach 1923 mittels seiner Sekretärin angefangen, die Readings aufzuzeichnen. Die war also mit im Raum. Dann war meistens seine Frau noch mit anwesend, die ihn da hindurch geführt hat und noch der ein oder andere Assistent von ihm. Diese Personen haben also das Zeichen gegeben, haben Fragen gestellt, haben den Namen und die Adresse des Patienten genannt und all diese Dinge und haben ihn dann also durch dieses Reading geführt. Und er hat dann angefangen zu antworten. Wenn er fertig war mit dem Reading, ist er aus Trance erwacht und er hat Zeit seines Lebens behauptet, sich an nichts erinnern zu können, was während eines Readings passiert. Er hat auch behauptet, sich nicht erinnern zu können, was er da von sich gegeben hat. Und es sind Dialoge überliefert, die er dann mit seinen Assistenten geführt hat, wo er selber vollkommen ungläubig war über das, was er dann so erzählt hat. Wenn wir jetzt so langsam zur Kritik an seinem Leben und an seinem Werk kommen, es hat Bestrebungen gegeben zu testen, ob er wirklich unbewusst war. Zu einer Zeit, als er mit einem gewissen Blackburn zusammengearbeitet hat, hat dieser ihn mal überredet, vor einigen Ärzten, Blackburn selber war auch Mediziner, vor einigen Ärzten sich in Trance zu versetzen. Und die haben also ihn irgendwie versucht zu pieksen und zu gucken, ob er wirklich vollkommen das Bewusstsein verloren hat. Er ist dann erwacht und war stinke sauer und das war also für ihn so der Schlusspunkt. Und er hat gesagt, nie wieder lasse ich solche Experimente mit mir machen. Genau, es gibt also keinerlei. Das ist nie wirklich getestet worden. Testung, sondern immer den Beweis von Menschen, denen er geholfen hat. Was ganz erstaunlich ist, es gibt tatsächlich von Edgar Cayce 14.000 Readings. Angeblich soll er insgesamt 30.000 durchgeführt haben. Dadurch, dass aber erst ab 1923 wirklich aufgezeichnet wurde, sind die anderen eben verloren. Und nur diese 14.000 aufgezeichnet. Man kann sich die, das haben wir nicht getan, weil die Mittel dafür dann doch, das war uns ein bisschen teuer. Man kann sich diese Readings auf einer DVD bestellen bei der Edgar Cayce Association. Kostet allerdings 120 Dollar diese DVD. Und es sind, ich sehe es hier gerade nochmal, 14.306 Readings. Du lieber Himmel. Die übrigens in dem Gebäude der Edgar Cayce Association for Research and Enlightenment, auch in Aktenordnern. Geordnet nach Thema im Prinzip. Und quer referenziert sogar auch archiviert sind. Also man kann da auch hinfahren und kann sich diese abgeschriebenen Readings anschauen. Er hat, glaubt man, denjenigen, die überzeugt sind von seinen Fähigkeiten, nicht nur Menschen diagnostizieren können, medizinisch und so eben auch zu ihrer Heilung beitragen können. Er hat selber auch Heilmittel bekannt gegeben. Das ist aber, wenn man das mal sich so anschaut, eher so das Hausmittelchen, was man eh kennt und was nicht unbedingt wirksam ist. Er war wohl überzeugt von Osteopathie und von Homöopathie. Also er hat auch mit Medizinern, die solchen Praktiken anhingen, eng zusammengearbeitet. Und es wird ja immer so gesagt, er war selber eben wenig gebildet, hatte aber profundes medizinisches Wissen. Dazu muss man eben sagen, dass er eben genau mit diesen Experten zusammengearbeitet hat, die natürlich auch das entsprechende Vokabular in diesen Readings dann vorhalten konnten. Dann ist es natürlich so, es war nie jemand anwesend, der wirklich betroffen war. Das heißt also, der Patient war gar nicht mit im Raum, wenn das Reading stattgefunden hat. Und es war eben so, dass er ein absoluter Bücherwurm war. Also auch wenn er kein Studium genossen hat, keine weiterführende schulische Bildung genossen hat. Er hat also im Prinzip alles gelesen, was ihm in die Finger kam, eben zu den Themen Osteopathie, Esoterik, alles, was man eben so damals an Literatur bekommen konnte. Und da schnappt man natürlich auch mal das ein oder andere aus. Was ganz spannend, ja, es gab zu der Zeit, das muss man auch nochmal sagen, Bücher, die ja sozusagen Heilwissen für den Haus gebraucht wurden. Genau, die Hausapotheke, also was man so kennt, Omas Hausmittelchen. Und wenn man mal schaut, wenn man auf der Seite der Edgar Cayce Association sich bewegt und mal schaut, was so an Empfehlungen für Krankheiten dort verschrieben wird. Wenn wir mal nehmen, Verlust der Stimme, dann ist das so, dass man also mit Rizinusöl Packungen behandeln soll. Verschiedene Salze kann man als Packung benutzen. Und immer wieder auch die Spinal Manipulation, also die Manipulation des Rückgrades, also osteopathisch oder chiropraktisch. Das zeigt schon das, was Alexa gesagt hat. Das gleiche gilt für Asthma, werden also wirklich so Hausmittelchen empfohlen. Immer wieder Osteopathie oder Chiropraxis, Praktik, muss ich glaube ich sagen. Das wird auch zum Beispiel für Brustkrebs empfohlen. Also Asche oder Jod. Damals zu Cayceys Zeit selber war es wohl ein aufgeschnittenes, frisch gehäutetes Kaninchen, was man also mit dem Fell nach außen auf die betroffene Stelle legen sollte. Das ist natürlich dann schon ziemlich makaber. Er empfiehlt dann hier noch Rindfleischesaft, ultraviolettes Licht, dann auch wieder Osteopathie. Liegt da glaube ich auch Rizinusöl, so als Heilmittel. Genau, das macht er immer als Packung. Also Rizinusölpackung. Ganz spannend, bei Brustkrebs auf der Seite ist dann der Hinweis, den gibt es bei Asthma und bei Verlust der Stimme nicht, dass das nur komplementäre Therapiemethoden sind. Und man soll also durchaus weiter mit seinem Arzt zusammenarbeiten und das nur ergänzend hinzunehmen. Also bei der Depression steht dann, dass man möglichst viel draußen sein soll und auch da soll wieder das Rückgrat manipuliert werden medizinisch. Ich finde das ganz spannend, wenn man sich diese Tabelle anschaut, die du gerade aufgerufen hast, dass der Ratschlag aus so vielen Einzelpunkten besteht. Da ist einmal dann die osteopathische oder der chiropraktische Ansatz, dann ist da etwas Phytotherapeutisches oder Homöopathisches. Dann gibt es so eine Art Lebensrat, so nach dem Motto, geh nach draußen und freue dich an der Natur. Und dann gibt es halt noch den spirituellen Rat. Da werden teilweise sogar die Bibelstellen benannt, die man dann bei einer gewissen Krankheit irgendwie lesen soll, damit es einem dann besser geht. Und da sieht man jetzt schon sehr breit gestreut, also das, was man ja hellsichtigen Menschen immer mal wieder dann auch vorwirfen kann. Und das tun wir ja auch quasi mit einer Schrotflinte ganz breit gefächert zu schießen auf das Problem. Und wenn dann irgendwie es dem Menschen besser geht, hat man so viele Ratschläge gegeben, dass einer von denen, den man gegeben hat, schon dafür zuständig gewesen sein muss, dass es dem Menschen besser geht. Also ähnlich verhält es sich auch mit seinen philosophischen Readings, wenn er zum Beispiel, also gemäß seinen Anhängern, irgendwie für die Zeit von 1958 bis 68 oder so schreckliches Unglück vorhersieht. Ja, sogar, es gibt ein Reading, wo er von 58 bis 98. Ja, genau. Ich glaube, es war sogar 98, nicht 68. Genau. Also wenn er für diese Zeit schreckliches Unglück vorhersieht, dann wird er schon nicht so falsch liegen. Also ich könnte auch sagen, in den nächsten zehn Jahren wird die Welt ganz schreckliches Unglück erfahren, aber die Welt wird sich irgendwie weiterdrehen und die Menschen werden lernen, damit umzugehen. Da würde ich wahrscheinlich nicht so falsch liegen, wenn ich das sagen würde. Genauso verhält es sich eben mit Prophezeiungen anderer Art. Also er hat auch, ja, es ist immer Interpretationssache, ob er nun daneben liegt oder richtig liegt. Er hat zum Beispiel nach der Great Depression, die er angeblich vorhergesagt hat, gemeint, im Jahr 1933 wird alles wieder gut. Das mag vielleicht für die USA gestimmt haben, weil die große Depression dann irgendwie so langsam am Abklingen war, weil man eben dann auch einen wirtschaftlichen Aufschwung wieder hatte. Aber für Deutschland war es natürlich so, dass das das Jahr war, in dem Adolf Hitler an die Macht gekommen ist. Das war sicherlich kein gutes Jahr. Nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Für die ganze Welt, in den Long Run. Und deswegen finde ich es auch so perfide, wenn man immer sagt, ja, er hat das alles vorausgeahnt, auch mit dem Zweiten Weltkrieg und Hitler und so. Hat aber für das Jahr 1933, als eben diese Person an die Macht kam, gesagt, das wäre ein ganz besonders tolles Jahr. Ja. Also man kann es immer drehen und wenden, wie man will. Und seine Anhänger werden behaupten, er hatte Recht. Die Kritiker werden sagen, es waren alles nur Fischen im Trüben. Wir sollten vielleicht noch sagen, was er zu Atlantis gemeint hat. Lass uns ganz kurz, bevor wir auf die Schiene noch kommen, nochmal ganz kurz konkret sagen, wenn er also Briefe bekommen hat über Menschen, denen es gesundheitlich schlecht ging. So gab es zum Beispiel eine Frau, die an Tuberkulose gelitten hat. Und wenn man dann, ich übersehe muss... Seine Frau hat auch an Tuberkulose gelitten. Genau, die hat er gehalten. Das wird auch mal als einen Beleg angeführt. Aber man weiß zum Beispiel gar nicht, ob seine Frau zum Beispiel auch bei einer normalen Arzt in Behandlung war. Oder eine leichtere Form der Erkrankung hatte. Und in diesem Fall, ich sehe hier sogar, das ist sogar das Reading, für seine eigene Frau. Und da sagt er, ich muss das jetzt aus dem Englischen übersetzen, jetzt ist das wahrscheinlich ein bisschen holprig, vom Kopf Schmerzen den Körper entlang bis zum zweiten, fünften und sechsten dorsalen Wirbel. Und von ersten zum zweiten, glaube ich, Hüftwirbel ist es dann dahin, Blockaden an dieser Stelle. Das spricht also für die osteopathische Schule, der er angeschoben hat. Dann verschiedene Beschädigungen, die schwebend sind oder an den Seiten angelegt. In Muskeln und im Nervengewebe gibt es Störungen. Entzündungen, glaube ich. Legions, sind das Entzündungen? Vielleicht sind es auch Entzündungen. Also im Muskel- und Nervengewebe hat er gesehen. Und genau diese Muskeln und Nerven, die das untere Ende der Lunge und des Zwerchfelds betreiben, da gibt es also Probleme. Und das wurde dann als Diagnose der Tuberkulose festgestellt. Weil eben die Lunge erwähnt wurde. Wenn man das liest, könnte es genauso gut auch ein Bandscheibenvorfall sein, den er da in diesem Reading diagnostiziert hat. Wenn also er da jemandem einen Bandscheibenvorfall gehabt hätte, hätte man sagen können, na guck hier, er spricht von den Halswirbeln oder Brustwirbeln. Da kann natürlich dann der Bandscheibenvorfall gewesen sein. Das war eben nicht so, dass er einer Person, wenn ihm der Name und die Anschrift gesagt wurde, gesagt wurde, der hat Tuberkulose. Du hast eine Magenentzündung oder so. Oder du hast Tuberkulose, genau. Das ist nochmal ganz wichtig, um das einzuordnen. Du hast jetzt gerade Atlantis ins Feld geführt. Eine Sache, mit der Casey über viele Jahre Probleme hatte, war die Tatsache, dass er in seinen Readings immer wieder auch über Reinkarnation gesprochen hat. Ja, also man muss dazu wissen, er war eigentlich im Nachgang der Theosophischen Schule unterwegs, hat sich da schon sehr viele Anleihen genommen. Er hat hinterher behauptet, in der sogenannten Akasha-Chronik lesen zu können, das ist auch ein Begriff, der von den Theosophen geprägt ist, nicht von Blavatsky selber, aber von ihren Nachfolgern. Man muss doch mal sagen, die Akasha-Chronik ist kein Buch, sondern die Akasha-Chronik wird immer Buch des Lebens genannt. Ein immaterielles Buch, also ein ausgedachtes Buch, in dem die gesamte Geschichte der Menschheit vom Anbeginn bis zum Ende und alle Menschen verzeichnet sind. Weil in der sogenannten Akasha-Chronik weder Vergangenheit noch Gegenwart noch Zukunft existiert, sondern alles eins ist. Das wird auch ganz oft als, also Blavatsky hat es Astrallicht genannt, oder göttliches Licht wird auch ganz oft so bezeichnet. Das ist im Prinzip ja mehr eine Quelle des Wissens, die spirituell begabte Menschen anzapfen können, wenn sie sich dann darauf einstellen. Ja, genau. Und da hat also Herr Casey offensichtlich dann auch drin gelesen und hat da eben Schlüsse auf die, ja so eine Art Seelenwanderung oder Verschiebung von Seelen gefunden in seinen Readings. Und damit hat er auch Zeit seines Lebens auch immer ein Problem gehabt, weil das natürlich dem christlichen Glauben widerspricht. Und das hat er für sich auch immer so ein bisschen, ja, kritisch gesehen und kam da selber mit sich selber nicht so wirklich überein. Das war nämlich auch so ein netter Dialog. Da hat er das wohl irgendwie in einem Reading erwähnt, da nicht alle aufgezeichnet wurden, weiß man nicht, ob er das schon in früheren Readings erwähnt hat. Oder wenn ja, in wie vielen. Aber jedenfalls an einem Punkt hat er es erwähnt in einem Reading und hat das dann hinterher negiert. Also sein Assistent meinte dann ja, das und das hast du aber erzählt. Und dann hat er wohl gesagt, nein, das kann ich doch gar nicht gesagt haben. Um Himmels Willen würde ich ja nie sagen sowas. Also es ist schon irgendwie so seltsam, ja Schizoid irgendwie. Er hat in seinen, also dieser Punkt, also das, da hat man jetzt nicht den Eindruck erweckt, als ob er eine Schizoider Persönlichkeit gewesen ist. Das war es offensichtlich nicht. Er hat dann auch geglaubt, dass es fünf Rassen gegeben hat, aus denen die Menschheit gegründet worden ist. Kennen wir ja auch von den Tierensofen. Genau, also das, die Atlanta waren, glaube ich, die rote Rasse. Die rote, die sich sehr schnell entwickelt hat dort. Also das hat er dann auch immer wieder, ja, in seinen Readings gesehen. Und das ist so der Teil, wo man dann sagt, da kann man ahnen, warum die moderne New Age Bewegung sich sehr an ihn heranlehnt und sagt, er ist einer der Modernen, die es gesehen hat. Und eben durch diese Aufzeichnungen, wie bei allen Aufzeichnungen, die in so breiten Pinselstrichen irgendwas vorhersehen, wir haben das vorhin schon einmal gesagt, kann man natürlich unfassbar viel hineininterpretieren in diese Readings. Und hat dann natürlich, wenn man dann auch noch in der Nachbetrachtung draufschaut, ist es natürlich immer sehr einfach, ein Ereignis zu finden, was dann passt. Und du hast es nochmal gesagt, wenn er einen Zeitraum von 40 Jahren anführt, in dem irgendetwas passieren soll, wird man sicherlich in den nächsten 40 Jahren ein Ereignis gefunden haben, was genau seiner Beschreibung passt. Eine gute Vorhersage wäre es gewesen zu sagen, im Jahr 1963, im März wird das und das passieren. Dann wäre es natürlich eine sehr konkrete Vorhersage. So hat natürlich auch Edgar Cayce seine Readings nicht gehabt. Ja, nochmal kurz auf Atlantis. Er hat also gesagt, die Rote Rasse hätte sich dort entwickelt. Es sei also eine große Zivilisation gewesen. Man hätte dort, also alles, was man heute so kennt und Burlitz wird sich sicherlich auch bei ihm bedient haben, hat er über Atlantis gesagt. Flugmaschinen, große Technologie, Kristalle als Energiequelle, all solche Dinge. Und dann letzten Endes hat man sich aber darin verschätzt, die Kräfte der Natur bündeln und benutzen zu wollen und daran ist eben Atlantis auch zerbrochen und untergegangen. Und das sind alles Dinge und Elemente, die man eben auch heute noch wiederfindet. Er hat auch über Lemuria gesprochen. Das ist ja ein Kontinent, der ja noch weniger belegt ist als Atlantis. Das ist ein mythischer Kontinent im Prinzip. Genau, wie Atlantis. Ja, aber mit noch weniger Belegen im Prinzip. Und auch das sind alles Dinge, die werden heute noch in der ARE hochgehalten und kolportiert. Also es gibt einen ganz interessanten Bericht von einer Dame, ich glaube es ist eine Dame, Tammy Buchli, keine Ahnung. Die dort zu Besuch war. Ja, die dort zu Besuch war, die da einen Ausflug hingemacht hat und die dann genau beschreibt, wie das Ganze verstanden gegangen ist. Dass also eine Dame erst einen Vortrag gehalten hat und dann behauptet hat, Edgar Cayce sei das ISP fähig gewesen. Und hat dann weiterhin gesagt, dass er heiler war und hat das alles als Tatsachen hingestellt. Dann wurden sie eben durch die Räume geführt. Es wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass man doch bitteschön Mitglied werden sollte, damit man dann alle Vergünstigungen dort auch in Anspruch nehmen kann. Also die haben auch einen Wellnessbereich, wo sie ganz normale Wellnessangebote haben, aber auch natürlich so holistisch-spiritistische Sachen damit hineinspielen. Und da sieht man doch wirklich ganz genau, da wird heute zumindest schon jede Menge Geld umgesetzt. Das ist also nicht mehr so ganz uneigennützig, wie es vielleicht mal irgendwie angefangen hat. Ne, das ist schon Mitgliederwerbung in vielen Teilen. Und ich habe mir dann auch nochmal den Shop angeschaut, der die Produkte nach Edgar Cayce vertreibt. Online-Shop für Natural Health Beauty and Wellness Products. Da gibt es dann also die Edgar Cayce-Produkte umfassend vier Seiten mit, ich habe es jetzt nicht gezählt, also so vielleicht roundabout 100 Artikel, die man dort kaufen kann. Was ich ganz spannend finde, ist, dass unter den Produkten immer so ein Fuß ist über Edgar Cayce mit einem Foto von ihm auch. Und dann auch der Hinweis, und das finde ich ganz spannend, dass die meisten Produkte, die dort vertrieben werden, noch nicht von der FDA überprüft worden sind. Also von der Food and Drug Administration in Amerika dürfen sie. Und dann steht eben als nächster Satz, das ist dann die Konsequenz aus, dass diese Produkte sind nicht dazu geeignet, Diagnosen, Heilungen, Behandlungen oder Prävention für irgendwelche Krankheiten. Das ist ja so ein Zusatz, der jetzt auch in Deutschland bei den ganzen esoterischen Produkten zusätzlich stehen muss. Ich denke jetzt nochmal an diese Zapper, an diese Elektroapparate in der Frequenztherapie und so. Also da muss jetzt immer dran stehen, irgendwie ist keine anerkannte medizinische Therapie, ersetzt nicht einen Arztbesuch und so weiter. Ja, also irgendwelche natürlich, dass irgendwelche Kakaobutter, die man dann für irgendwas verwendet, erstmal per se nicht schädlich ist und vielleicht der Haut auch gut tut. Ja, Kakaobutter ist jetzt nicht so ungewöhnlich als Kosmetikprodukt. Also das ist so. Ja, kannst du kaufen, kannst aber auch lassen. Genau, also das sind so verschiedene Produkte, kann man, also wir werden ja die ARE einmal verlinken, dann kann man sich da mal durchklicken und sich das anschauen. Ja, also letzten Endes, was halten wir fest? Edgar Cayce, der schlafende Prophet, ist im Prinzip ein Prophet wie alle anderen, der mal richtig gelegen haben mag, in vielen Fällen wahrscheinlich auch falsch gelegen hat. Der, der mittels eines sehr breit gestreuten Wissens und einer breit gestreuten Prophezeiung dann seine Treffer erzielt hat. Ja, der Menschen diagnostiziert hat. Man hört von Leuten, denen er vielleicht geholfen hat. Man wird aber auch sicherlich Leute haben, bei denen das nicht so funktioniert hat. Es soll angeblich auch mal so gewesen sein, dass die Menschen verstorben sind, während er noch irgendwie sein Reading vorbereitet hat. Und dann, als er das Reading gemacht hat, waren sie dann schon gar nicht mehr am Leben. Und wenn er wirklich die Akasha-Chronik hätte anzapfen können, wenn er das alles so hätte lesen können, dann wäre er sicherlich auch in der Lage gewesen, das zu erkennen. Genau, also diese Fälle hat es auch gegeben. Seine Bekanntheit ist sicherlich darauf auch, oder Fuß darauf, dass er viele sehr berühmte Menschen hatte, die mit ihm in Kontakt getreten sind. Also ich sage nur, Woodrow Wilson war bei ihm zu Gast, Thomas Edison oder George Gershwin, die in ihrer Zeit natürlich alle sehr bekannte Persönlichkeiten waren. All diejenigen, all die genannten Personen haben Kontakt zu Edgar Cayce gehabt, haben Readings von ihm erhalten. Aber in einer Zeit, in der sowas sowieso total umso war. Ja, genau, da hat man halt seinen Psychic gehabt, zu dem man gegangen ist. Also sicherlich eine interessante Persönlichkeit. Wir werden auch nochmal eine Dokumentation verlinken. Und das ist wie so oft, je nach Form der Darstellung kann man die Person Edgar Cayce als sehr, sehr guten Hellseher, der viele verlässliche Vorhersagen getroffen hat, darstellen. Nein, man muss sich aber dann auch immer wieder ein bisschen frei davon machen und muss dann sagen, nun, was ganz konkret hat er denn vorhergesagt. Und da haben wir jetzt ja versucht und glaube ich, er ist auch hinbekommen, deutlich zu machen, dass er sehr bereite Aussagen, auch was die Heilung und Heilmittel immer gegeben hat. Und man weiß dann auch nicht, ob die Leute weiter zum normalen Arzt gegangen sind oder ob dann so ein bisschen die Rizinusölpackung von Edgar Cayce zur Heilung geführt hat. Das ist alles nicht belegt. Man weiß nicht von diesen 14.000 Readings, wie viele Patienten sich dahinter verbergen. Das könnte man wahrscheinlich noch rausfinden. Aber das müsste man ja dann auch nochmal überprüfen, wie viele Menschen er heilen konnte, wie viele Menschen nicht. Also jetzt würde ja wahrscheinlich dann wieder die Frage kommen, ja war er denn jetzt ein übler, gewiefter Abzocker oder war er ein guter Mensch, der wirklich an das geglaubt hat und anderen helfen wollte. Und das ist halt immer super schwer zu sagen, erst recht, wenn jemand schon so lange tot ist, denn alles, was wir von ihm wissen, wissen wir ja aus zweiter oder dritter Hand im Prinzip. Und da kann man doch ganz schwer auf eine Persönlichkeitsstruktur wirklich schließen. Also ich würde mich am liebsten dahingehend gar nicht äußern und gar nicht seine Persönlichkeit bewerten wollen. Es ist nicht so, dass er mal irgendwann für Betrug irgendwie gesessen hat oder so, aber das wird natürlich auch nicht bedeuten, dass er unbedingt jetzt so der Heilige war, der immer nur alles getan hat, auf seine eigenen Kosten nur am Menschen zu helfen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Was man sagen kann, und das ist eine Sache, die mich durchaus, die traue ich mir mal zu zu sagen, ist, wenn man sich die Seite heute der Edgar Cayce A.R.E. anschaut, dann sind da schon sehr viele Dinge, die man bestellen kann. Ja, das bestimmt. Die machen ordentlich Geld. Geld für bezahlen muss. Und natürlich, Huxilla kann man auch finanziell unterstützen, aber das, was Huxilla im Kern ausmacht, ist eben kostenfrei und das ist ein großer Unterschied. Also selbst Vorlesungen als MP3-Dateien muss man sich dort für über 30 Dollar dann kaufen, um mal den Sohn von Edgar Cayce reden zu hören über das Weltbild. Und wenn man sich dann den kostenfreien Ausschnitt von einer Minute anhört, ist das eben genau so ein New Age-Sprech von die Seele beginnt hier und ist aber auch in der Zukunft und in der Vergangenheit, dass man nachher relativ schnell dahinter kommt, dass man für diese 30 Dollar, die man da investiert, glaube ich, ist es im Moment der Preis oder 33 Dollar, nicht wirklich viel Gegenwert erhält. Und das ist einfach so ein bisschen bedauerlich und da kann man dann sagen, investiert das Geld, wenn es euch schlecht geht, in einen Arzt oder Psychotherapeuten oder sonst wo. Da habt ihr unter Umständen mehr davon. Nicht nur unter Umständen. Und professionelle Hilfe. Ja, dann beschließen wir das hier mal an der Stelle. Wir gehen zu den Weihnachtsmännern und Hasen. Der Reinkarnation der Weihnachtsmänner. Die Auflösung Ja, die Reinkarnation der Weihnachtsmänner ist eigentlich ein schöner Titel für eine Kurzgeschichte. Fällt mir gerade auf. Ja, was ist denn dran? Dann werden die Ex-Weihnachtsmänner, die übrig geblieben sind, die keiner haben wollte, dann zu Funkelnagelneuen Osterhasen, wenn es dann wieder auf Ostern zugeht oder haben wir euch dann nur an Bären aufgebunden. Letzteres. Es ist tatsächlich so, dass das Umschmelzen, was ja irgendwie so als Geschichte jedes Jahr um Ostern herum wieder kursiert, nicht stattfindet. Und um das rauszufinden und zu verifizieren, kann man natürlich was ganz Einfaches machen. Man kann mal bei einer Firma anrufen und einfach nachfragen. Und in dem Fall habe ich das, weil ich da Spaß dran hatte, tatsächlich mal gemacht und habe bei einer Firma, die ich jetzt hier nicht nenne, angerufen, habe mich mal erkundigt, wie sie das denn handhaben, ob sie diese Geschichte kennen und was sie denn dazu sagen würden. Und da bin ich nach einiger Zeit dann tatsächlich zurückgerufen worden und dann wurde mir also mitgeteilt, man hätte sich nochmal mit der entsprechenden Fachabteilung auseinandergesetzt und das besprochen. Und das sei tatsächlich nicht der Fall, dass die Ex-Weihnachtsmänner umgeschmolzen werden zu Osterhasen. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter guckt, findet man auch eigentlich die Erklärung, die einem schon der gesunde Menschenverstand diktieren würde. Denn wenn man sich das überlegt, selbst wenn das Umschmelzen, und das ist es wohl, theoretisch möglich wäre und auch von der Haltbarkeit der Schokolade her einigermaßen okay wäre, würde es sich wirtschaftlich gar nicht rechnen, das zu tun. Das heißt also, wenn dann Weihnachtsmänner übrig bleiben im Geschäft, dann müssten die irgendwie ja wieder zum Hersteller transportiert werden, müssten also abgeholt werden zum Beispiel und dann eben umgearbeitet werden. Und das ist total aufwendig und absolut nicht gewinnbringend. Das heißt also, die Weihnachtsmänner, die nicht verkauft werden, genauso wie die Osterhasen, die nicht verkauft werden, die werden dann vernichtet. Das ist im Prinzip sehr bedauerlich, aber zeigt natürlich auch... Ja, eigentlich ist es so bedauerlich, ne? Genau. Also und Verschwörungstheoretiker, die würden jetzt natürlich sagen, okay, sie hat da angerufen und dann haben sie ihr gesagt, das ist nicht der Fall. Weil die haben natürlich gelogen, die haben natürlich nur das gesagt, was irgendwie convenient ist und in Wirklichkeit ist alles ganz anders und alle wissen davon, aber keiner sagt was. Das ist eine Riesenverschwörung. Aber ich denke mal, in dem Fall ist das wohl nicht so. Ich glaube, da geht es einfach darum, dass das Geld, was man da investieren müsste, für die Unternehmen zu viel ist und sich nicht lohnt. Und das ist, glaube ich, ein guter Gegenbeleg dafür. War aber sehr lustig, als Milka bei uns angerufen hat. Jetzt hast du es doch gesagt. Wir kriegen da leider kein Geld für, sonst hätte ich viel dafür erwähnt. Verdammt, jetzt haben wir Werbung gemacht. Bis heute, 0 Uhr, kann man noch Einsendungen für das Gewinnspiel oder für die Gewinnspiele uns schicken. Zum einen den Satz, Humanismus heute bedeutet vervollständigen, für Eintrittskarten für den Humanistentag, der vom 30. April bis 4. Mai hier stattfinden wird in Hamburg. Dann kann man nochmal sagen, warum Skeptizismus in einer E-Mail, warum das wichtig ist, um eine Eintrittskarte für die GWUP-Konferenz vom 9. bis zum 11. Mai zu gewinnen. Und wer uns noch eine schöne Erstehungsgeschichte der Himmelsscheibe von Nebra liefert. Also wie ist sie entstanden und wozu ist sie gebraucht worden? Und von wem ist sie gemacht worden? Ja genau, und wann. Und der erhält nochmal ein Buch, Der geschmiedete Himmel. Wir werden morgen aus allen Einsendungen, wir haben einige Einsendungen schon erhalten, aus all diesen Einsendungen werden wir morgen die Gewinne auslosen und die werden dann per E-Mail verständigt. Und wir werden die dann in der nächsten Sendung auch noch erwähnen, wollen natürlich nur heute am Sonntag, wo wir aufnehmen, noch die Zeit bis 0 Uhr euch lassen. Ganz wichtig dabei, bei der Himmelsscheibe von Nebra noch ein Hinweis, denn unser Haus- und Hofarchäologe Mirko Gutja, der ja seiner Zeit für uns da bei der Folge zur Himmelsscheibe von Nebra zur Verfügung gestanden hat, hat das Podcast-Virus jetzt erwischt. Sehr gut, das finde ich ganz tapfisch. Daran ändern, was die Qualität und andere Dinge angeht, aber sehr zu begrüßen, dass es einen archäologischen Podcast auf Deutsch gibt, weil Archäologie auch eine spannende Wissenschaft ist, die natürlich sehr, sehr viel über die Menschheit uns vermittelt. Also ich finde es ja schöner, Ausgrabungen zu machen oder sagen wir lieber, ich grabe lieber die Erde an als die Akasha-Chronik. Ja, die Erde liefert, wenn man es denn auch richtig interpretieren kann, die besseren Gründe. Resultate, ja. Ja, also insofern, das werden wir euch verlinken, den Podcast angegraben mit Mirko Gutja, nochmal als Empfehlung. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir erwähnen müssen? Sollte sich irgendjemand noch nicht gemeldet haben bezüglich des Aluhut-Gewinnspiels, rufe ich nochmal dazu auf, das zu tun. Ihr wisst, wen ich meine. Also du wirst dich jetzt angesprochen fühlen wahrscheinlich. Und wenn wir alle haben, dann gehen die Bücher auch in der nächsten Woche dann mit allen anderen Preisen quasi über den Post-Eta. Wichtiger Hinweis noch, am 10. Mai, wir haben jetzt endlich eine Location für das Hörertreffen in Köln, denn wir mussten umdisponieren. Unsere ursprünglich geplante Location war nicht haltbar. Was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Was eigentlich ein gutes Zeichen ist. Ja, wir sind beim Mexikaner, nämlich beim SC Claro. Das ist am Friesenplatz 9 in Köln. Und da wird auf alle Fälle das Hörertreffen stattfinden. Wir haben schon die eine oder andere Überraschung für euch vorbereitet. Wer daran teilnehmen möchte, das Hörertreffen per se ist kostenfrei. Das heißt, einfach auf die Homepage hoxeler.de gehen und dort unter dem Artikel zum Hörertreffen einen Link setzen und sagen, plus eins, wenn man alleine kommen möchte oder plus zwei mit zwei Personen und so weiter und so weiter. Wir freuen uns. Wird sich dann schon erklären, was man da zu tun hat. Genau, wir freuen uns und hoffen, dass wir zahlreich mit euch feiern können am 10. Mai an dem Freitag in Köln mit vielen anderen Podcastern und vielen bekannten Gesichtern. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Abend. Ja, dann kommen wir heute wieder zum Ende der Episode. Wir wünschen euch eine gute Zeit, eine gute Woche. Wir drücken allen, die an den Gewinnspielen teilgenommen haben, die Daumen. Und diejenigen, die dann morgen von uns eine E-Mail kommen, von denen können wir jetzt schon mal gratulieren. Und wir hören uns dann nächste Woche am 28. April bei Hoxeler, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und bis dahin, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxeler.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoxeler ist eine Rekordtube-Production aus dem Jahre 2013. Hoxeler ist eine Rekordtube-Production aus dem Jahre 2013. Hoxeler ist eine Rekordtube-Production aus dem Jahre 2013. Hoxeler ist eine Rekordtube-Production aus dem Jahre 2013.